Tom und ich sind gute Freunde Tom and I are good friends Tom schätzt moderne Kunst Tom appreciates modern art Tom kann diese Arbeit allein tun Tom can do this work alone Tom hat kein Fahrrad Tom doesn't have a bicycle Tom hat keine Ahnung, was zu tun ist Tom has no idea what to do Tom ist im Bett mit einem Fieber Tom is in bed with a fever Tom hielt die ganze Nacht reden Tom kept talking all night Tom mag Baseball zu spielen Tom likes to play baseball Tom wird es morgen gehen Tom will go there tomorrow Tom rede war ausgezeichnet Tom's speech was excellent schalten sie das Licht bitte Turn off the light plant 10 Turn off the light please Turn off the light please Show them you Turn off the light please Turn off the radio please Turn off the radio please War viel Verkehr da? Was there a lot of traffic? Wir nahmen seine Einladung. Wir nahmen seine Einladung. Wir sind dabei, hier zu verlassen. Wir sind dabei, hier zu verlassen. Wir interessieren uns nicht, was er tut. We don't care what he does. Wir müssen unseren Plan ändern. We have to change our plan. Wir leben in der Nähe einer großen Bibliothek. Wir malten das Haus grün. Wir malten das Haus grün. Wir spielten Tennis gestern. Wir sollten immer Gesetzen gehorchen. We should always obey the laws. Wir sind fast wie Brüder. We're almost like brothers. Warst du gestern zu Hause? Were you at home yesterday? Was ist mit einem Glas Bier? What about a glass of beer? Was säumen sie sich für? What are you lining up for? Worüber redest du? What are you talking about? Was mögen sie an ihr? What do you like about her? Was halten sie von Japan? What do you think of Japan? Was er sagte, machte uns wütend. What he said made us angry. Wann gehst du ins Bett? What time do you go to bed? Welche Zeit wird das Abendessen serviert? What time is dinner served? Was werden sie am Freitag tun? What will you do on Friday? Was ist dein bevorzugter Sport? Was ist dein bevorzugter Sport? What's your favorite Sport? Wann kamen sie nach Japan? Wann kamen sie nach Japan? When did you come to Japan? Wann bist du nach London? Wann stehst du normalerweise auf? When do you usually get up? Woher kann ich mein Gepäck holen? Where can I get my baggage? Where can I get my baggage? Where can I get my baggage? Where do I pay for the gas? Wo ist der Fahrkartenschalter? Where is the ticket office? Where is the ticket window? Wo würdest du gerne hingehen? Where would you like to go? Where would you like to go? Where is the emergency exit? Where is the emergency exit? Who does the gun belong to? 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 Who else came to the party? Why are you angry with him? Why are you so angry with him? Why are you looking so sad? Why are you looking so sad? Why are you so tired today? Warum tat er so etwas? Warum brauchen sie dieses Geld? Warum gehst du nicht eine Party? Würden sie mir geben einen Bleistift? Würden sie mir ihren Stift leihen? Würden sie es noch einmal sagen? Würden sie es noch einmal sagen? Beeindruckend. Es ist lange her. Wow, it's been a long time. Schreiben Sie in dem Datum selbst. Write in the date yourself. Schreiben Sie es hier unten, bitte. Schreiben mit einem Kugelschreiber. Write with a ballpoint pen. Du und ich sind im gleichen Alter. You and I are the same age. Du und erst mal. Du France. Du steckst noch aus.